Wir fangen an mit Alisa Schmidt. Die kennt man ja, weil sie richtig schnell laufen kann. Aber zu ihrem Training gehört auch ganz viel mit Kraft. Und die hat sie. Sorry, das würde ich nicht gehoben bekommen. Und du erst recht nicht. Ich habe gestern meine Karte vom Fitnessstudio wieder abgeholt und werde richtig breit. In vier Wochen breiter als Alisa Schmidt.